SmartSight ist eine neue Generation der Lentickel-Extraktion. Das bedeutet, in dem Fall benutzen wir nur den Femtosekundenlaser und der Femtosekundenlaser schneidet aus dem Hornhaut Inneren einen kleinen Lentickel raus, welcher durch eine ganz kleine winzige Öffnung ungefähr 2 bis 3 Millimeter einfach rausgenommen wird. Das ist eigentlich heutzutage eine wirklich sehr wenig invasive Methode, bei der wir gar keinen Flap haben. Das heißt, eigentlich nichts kann sich verschieben, wenn wir das zum Beispiel mit der Lasik oder mit der Femtolasik vergleichen. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbstevaluationstest auf unserer Seite durchzuführen. Durch diesen Test können Sie herausfinden, grob herausfinden, ob Sie für eine Augenlaserbehandlung geeignet sind und dann natürlich auch, wenn Sie für eine Augenlaserbehandlung geeignet sind, welche Methode das sein könnte. Untertitelung des ZDF, 2020